Hippocrates hat mal gesagt, lasst eure Lebensmittel eure Heilmittel sein. Gesundheit kann man jetzt kaufen. Sibirische Zedernkerne aus Wildpflückung. Einzigartig in Qualität und Geschmack. Übrigens, höchste Qualitätsklasse Nummer 1. Zedernkerne enthalten Vitamine A, B1, B2. Zedernkerne können das Risiko für Herzerkrankung verringern und wirken blutdrucksenkend. Spurenelemente der Zedernkerne sind unter anderem zuständig für den Schutz der menschlichen Zellen. Zum Beispiel Zink, Jod, Eisen und vor allem Selen. Selen ist vor allem für den Schutz der menschlichen Zellen zuständig und schützt somit auch vor schwerwiegenden Erkrankungen. Der Verzehr von sibirischen Zederkernen wirkt sich auch auf das Hautbild und die Funktion der Schleimhäute, sowie die gesamte Knorpelgewebe im menschlichen Körper aus. Also gesund essen durch täglichen Verzehr von original sibirischen Zederkernen. Bestellen Sie jetzt Ihre persönliche Gesundheitspolizei.